Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Tour, die ich mit Thomas W. Salzmann gemacht habe. Den Kanal verlinke ich euch mal da oben oder da unten. Wir waren zusammen am 1. Mai pünktlich zum Start des Deutschland-Tickets in Hannover in den Herrenhäuser Gärten und haben uns dort ein bisschen rumgetrieben, ein paar Fotos gemacht und einen netten Tag verbracht. Das ganze Video ist relativ unkommentiert, also von daher lehnt euch zurück, genießt das Ganze und ich würde sagen Film ab. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Ja, soviel dann zu unserem kleinen Fotoausflug. Es war wirklich ein super schöner Tag, den wir da hatten. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wie das so meistens ist, wenn man mit Thomas unterwegs ist. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen hoch. Der Klassiker-Hype, den es eigentlich in jedem Video gibt. Also von daher, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt und werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Musik